hallo und noch ein letztes mal willkommen zum heutigen vlog also ein letztes mal für diese blog reihe und ich habe es eventuell geschafft elf tage hintereinander jeden tag ein video zu bringen dafür kriege ich jetzt wieder konfetti ich kann mit links nicht schnitten ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich fürs zuschauen und ich muss jetzt spargel holen und was ihr in meinem hintergrund hört ist meine kleine kamera die eine timelapse macht macht immer einen furchtbaren krach wie man hört ok gut ich bin jetzt zurück vom schweigel holen ich wollte eigentlich jetzt das video für gestern machen weil gestern doch ein video gekommen ist wie ihr gesehen habt weil das hier nach dem kommt und ja aber dafür brauche ich mein stativ und man hört das ding dieses timelapse gerät immer noch am machen und das heißt ich komme nicht an mein stativ dran ich habe kein zweites stativ deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen mal noch einen kultfilm von meiner liste zu streichen züglich herr horror ich gucke jetzt gerade jetzt da kommt auch jetzt ein remake in die kinos bis jetzt das interessant erzählt aber irgendwie ist der clown doch nicht gruselig vergleich dich mal mit dem anderen clown der ist gruselig aber jetzt gucke ich erst mal ein wenig film so ist besser oder okay gut es tut mir leid jetzt kommt ein noch eine zeit traf war aber ja ich drehe jetzt das video von gestern macht immer einen furchtbaren krach wie man hört das geht eigentlich stört jetzt nicht so wenn ich kopf drauf habe höre ich das kaum noch levant auch ущischer ne